Willkommen bei CFS Mobile Inz. Ich möchte Ihnen jetzt eine Wohnung in Wels zeigen in der Größe von ca. 85 m². Hier ist der nagelneue Küchenbereich. Die Küche ist komplett neu, also unbenützt. Hier ist das Wohnzimmer mit der Dachterrasse. Soweit ist es ein sehr, sehr heller und lichtdurchfluteter Raum. Hier ist das Vorzimmer mit Platz für Schuhkästen und Garderobe. Hier ist ein Büro, Kinderzimmer und Arbeitsraum. Sie sehen, der Ausblick ist hier auch absolut schön. Man ist hier mitten in Wels. Wir sind am Land. Badezimmer. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier ein Licht aufdrehen kann. Hier ist das Obstückhammer. Das Bad mit Platz für die Waschmaschine mit allen Anschlüssen. Badewanne. Dann ist hier das separate WC. Und hier das äußerst geräumige Schlafzimmer mit Platz für Kasten. Und hier auf der Seite wäre dann noch ein Platz für Kasten. Doppelbett. Und hier wieder der schöne Ausblick auf die Kalvarienkirche. Ja, ich hoffe, Sie konnten sich einen kleinen Eindruck von dieser Wohnung machen. Nutzen Sie bitte die 360-Grad-Bewegung aus. Sie können sich alle Zimmer genau anschauen, indem Sie über den Bildschirm wischen und sich das Ganze rundherum genau anschauen. Ja, ich würde Ihnen gerne diese Wohnung persönlich zeigen und würde mich freuen, wenn Sie mich anrufen. Danke fürs Anschauen. Ernstlichst, Ihr Christoph Elf Stahlbauer von CFS Immobilien. So, hier ist jetzt das Umfeld der Anlage. Es ist sehr ruhig und absolut zentral gelegen. Bitte beachten Sie auch den Umstand, dass bei dieser Wohnung ein Tiefgaragenparkplatz dabei ist, der im Preis auch inkludiert ist. Beachten Sie bitte den Link in der Beschreibung zu diesem Video auf meine Homepage, wo Sie dann die gesamten Daten der Wohnung ersehen können. Ich glaube, es ist hier sehr gefällig. Gehen wir noch ums Eck. Es ist eine sehr schöne und wie gesagt ruhige Anlage. Hier ist dann die Anlage von der anderen Seite. Ich glaube, es ist wirklich sehr ansehnlich. Wenn es Ihnen jetzt im Winter gefällt, wird Ihnen im Frühling und Sommer mit Sicherheit noch mehr gefallen. So, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Amt Baha, bis zum nächsten Mal.